Meine lieben Freunde, wir müssen reden und zwar über Professor Christian Drosten und euch, denn er hält euch für ziemlich doof. Was das genau bedeutet und für wie dumm er euch hält, darüber sprechen wir heute. Ja, es ist ein Wahnsinn. Worum geht es genau? Es geht um ein Interview, was er in der Schweiz gegeben hat, denn da hat er sich damit auseinandergesetzt, warum er es gut gefunden hat, dass man euch während der Pandemie keine lange Leine gelassen hat, sondern die Bevölkerung an sehr kurzer Kandare gehalten hat, denn der Bevölkerungsdurchschnitt sei unterdurchschnittlich gebildet, anders als die Herrschaften in der Schweiz, so Dr. Christian Drosten. Ach ja, und er sagte, man habe in der Schweiz ein ausgezeichnetes Informations- und Beratungsteam gehabt, wissenschaftlicher Natur. Jo, jetzt frage ich mich, für was er das RKI hält. Mehr Handpuppen, mehr Sprechbabys gibt es wohl nicht, wie jetzt die RKI-Files bewiesen haben. Aber ich finde es wirklich bezeichnend, dass er jetzt noch, nachdem die ganze Aktion so fulminant gegen die Wand gefahren wurde, im Nachhinein nicht die Eier hat, um zu sagen, dass er sein Verhalten unterm Strich für, na sagen wir mal zumindest suboptimal gehalten hat. Aber das machen ja einige. Sie sind der Meinung, es lag nicht an ihnen, sie haben der Situation entsprechend angemessen gehandelt und nur das Beste für uns, das Volk, in Sinn gehabt. Ja, und meistens geht es dann darum, dass Vorschriften und dieses Drangsalieren, was wir so empfunden haben, im Grunde genommen nur dieses gute, beschützende, behütende war, das man für kleine, unmündige Kinder an den Tag legen muss. Wie viel Arroganz kann man noch zeigen? Gerade im Hinblick auf die veröffentlichten RKI-Files, in denen Christian Drosten auch nicht die beste Figur abgibt. Denn auch er hat Informationen hinterm Berg gehalten, wie jetzt rausgekommen ist. Was denkt ihr darüber? Glaubt ihr auch, dass ihr zu unmündig seid, um über euer eigenes Geschick zu handeln? Dass ihr zu ungeschickt seid, komplexe Informationen zu deuten und dass man euch Informationen vorkauen muss? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich freue mich, von euch zu hören. Mein Name ist Chris und das war wieder ein Informationshäppchen, eine unserer legendären Currywürste. Warum eigentlich Currywurst? Ja, wir servieren euch frisch, heiß auf die Hand, dann eine Habitat Currywurst, wenn wir der Meinung sind, es lohnt sich nicht, da ein riesengroßes Video draus zu machen. Es macht keinen Sinn, das eblich in die Breite zu ziehen, sondern das servieren wir schnell und heiß, wie die Currywurst. Die hat übrigens genauso wie das deutsche Grundgesetz dieses Jahr 75-jähriges Jubiläum, Anfang September. Aber das ist eine andere Geschichte. Ciao von now, euer Chris. So, dann wir her an die Halt eineät色äre Ich möchte jetzt, Ich bitte darauf, dass es mich ganz klar ist in Zeit,